Liebe Freunde des IPN, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, Sie kurz hinzuweisen auf neueste Ergebnisse unserer Quick-Studie, unserer Quick-Corona-Studie. Das ist eine Studie, die wir mit Schulleitung durchgeführt haben, um zu sehen, wie Schulen in der Krise, mit der Krise im Distanzlernen klarkommen. Wir haben sehr spannende Ergebnisse, mit denen wir in den nächsten Tagen und Wochen auch an die Öffentlichkeit gehen werden. Eines kann ich Ihnen schon mal verraten, die Schulen haben sich, glaube ich, sehr, sehr gut in der Krise geschlagen und sie dürfen gespannt sein auf die Befunde. Untertitelung des ZDF, 2020